Ich muss mich konzentrieren, das ist jetzt was ganz anderes hier, das ist was ganz anderes, YouTube, das ist schon wieder was ganz anderes, das ist nicht Twitch, deswegen, ich muss hier anders sein als auf Twitch, also nicht so anders, dass ich ganz anders bin, aber ich muss ohne Chat jetzt hier ein Video machen, das wird schwierig. Das fühlt sich gerade an, als würde ich mit mir selber reden, muss ich ganz ehrlich sagen, Greenscreen, auch on point wieder, alles on point, also es funktioniert, es funktioniert, das ist der Content, den man von mir gewohnt ist, nämlich richtig, hier, 0815, ja, ist ja egal, so, 3, 2, 1, nee, warte, anfangen soll, anfangen soll, braucht doch auch so ein, bam, Oh, irgendein Schlag, so ein schlagfertigen Satz, den ich auch anfangs sag, so wie die meisten YouTuber das haben, moin, ich bin's wieder, euer Sebo, so, moin, moin, liebe Leute, das kennt man, Mahlzeit, Mahlzeit ist auch kacke, das ist nicht so, ich richte nicht alle Leute mit an, das ist das Problem, Yo, was geht, auch nicht, yo, Leute, was geht, das könnte sein, yo, Leute, was geht, yo, Leute, was geht, ne, geht auch nicht, moin, 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 liebe Leute da draußen, grüßt euch hier, 0815, nee, moin, Leute, hier, moin, Leute, was geht, moin, Leute, was geht, nee, Was soll ich denn sonst machen, moin, Leute, was geht, moin, Leute, was geht, grüßt euch alle miteinander, willkommen zurück, warum willkommen zurück, ich hab nicht mal ein gescheites, richtiges Video gemacht, warum dann moin, Leute, zurück, ich seh hier die Zeit nicht, wie lange ich schon aufnehme, YouTube-Content machen ist schon wieder was ganz anderes, Moin, Leute, was geht, hier, auf meinem Channel, ja, nämlich nichts, weil das nämlich das erste Video ist, Sebo, Dankeschön, So, warte, so, moin, Leute, was geht, willkommen hier, auf meinem Kanal, Sebo 0815, jetzt auch, ich hoffe mal, offiziell, auf Twitch drauf drin, nicht Twitch, auf YouTube drauf drin, ja, wir versuchen jetzt hier auch, auf YouTube Videos zu machen, Videos irgendwie, ich muss sie irgendwie noch schneiden, irgendwie so, ich mach das ja alles alleine, ich muss das irgendwie schaffen, ja, ich muss das irgendwie schaffen, jetzt hier irgendwie Videos zu machen, für euch, für euch da draußen, auch für die Leute, die zum Beispiel nur YouTube gucken und nicht so auf Twitch dabei sind, aber gerne hier bei mir gucken, machen wir halt jetzt, so, mein erstes Video auf Cringe-Basis, ja, auf Cringe-Basis, richtig auf Cringe, weil niemand hat mich bisher so gesehen, dass ich hier einfach so gesehen, jetzt gerade in diesem Moment, für mich selber spreche, ja, für euch da draußen, das ist total cringe, auch für alle Leute, die mich jetzt schon mittlerweile kennen, total cringes Gefühl, dass ich jetzt hier, äh, versuche, ein Video zu machen, ich versuche hier einfach ein Video zu machen, sagen wir, wir könnten dann auch so machen, ich, ich, ich mach Videos, wo ich jetzt ein Spiel spiele, und dann, deswegen würde ich sagen, wir hüpfen jetzt direkt ins Game, was ich mir da rausgesucht hab, und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, solltet ihr neu hier sein und noch kein Abo hier sein, dann gerne draufdrücken, ist kostenfrei, kostet euch nix, mir gönnt das riesen Support, ja, also diese, glaube ich, also, ne, umso höher die Zahl, desto bekannter wird man oder so, keine Ahnung, I don't know, ähm, aber gerne ein, äh, ein Abo dalassen, äh, würde mich auf jeden Fall freuen, falls nicht, einfach unten in die Beschreibung reinklicken, liken, disliken, das ist ja relativ Wumpe, ne, je nachdem, wie dir das gefällt, und dann wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß bei dem folgenden Video, ja, hau rein, so, eine Person, eine Person aus dem kompletten Twitch-Chat, wollte gerne, dass ich dieses Spiel spiele, ich hab's mir nicht angeguckt, nichts, ich wollte jetzt gerne mit euch hier, hier rein daddeln, ich hab noch versucht, hier den Greenscreen irgendwie fertig zu machen, geht aber, wird nichts, es ist einfach katastrophal, es ist katastrophal, es geht einfach nicht, ich müsste dann alles umstellen, aber hab ich jetzt keinen Bock drauf, muss ich, aua, immer noch Nacken hier, Verletzung vom, vom Fußball-Event, Trimax-Fußball-Event, f***, auch noch alles kacke, ähm, halt, total verhindert, aber, wir starten jetzt rein, Alter, man isst, man isst, mach leiser, ist ja immer noch laut, Joa, da war crazy jetzt, da war crazy jetzt, so mit Shadows, mit, 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 alles geil, dann lass ich einfach alles so, wie es ist, also, ich verspreche mir nicht viel von dem Game, ehrlich nicht, aber, mal gucken, Challenges, keine Ahnung, New Game, rein der Abfahrt, sieht schon total crazy aus, Warum? Warum so laut? Next, that is Ben, und next, oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich will die Story gar nicht mitbekommen, es ist zu laut, holy moly, ne, Leute, alter Verwalter, was ist hier los, SFX auch nochmal runterdrehen, Junge, warum machen die das immer so laut? Was haben die Leute für Headsets, die das Spiel entwickeln? W, A, S, D, zum, der ist schnell, der ist schnell, slow down, ah, okay, jump, okay, alright, das geht nicht, Hundefleisch? What did he say? Hundefleisch? Okay, dunkle Steuerung, ich habe keine Ahnung, worum ihr in dem Spiel geht, Tag Head? Was? Juhu, Apfel, Leute, hier, juhu, und jetzt, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt wieder dran kleben? Mit E, okay, alles klar, mit E, alles klar, okay, ich muss da reinwerfen, funktioniert super, funktioniert super, genau mein Humor, es klappt, es klappt, es klappt auf jeden Fall, so, nochmal, und, yes, jetzt muss ich hier, ach, da, auf den Button drauf, schöne Lip, und jetzt wieder drauf, okay, was ist das? Ach, guck mal, hier steht sogar alles, nice, Leute, erste Runde, easy peasy, reingesnackt, easy peasy, einfach durch, oh, wir können sofort weiter, enter to, respond at checkpoint, all right, und, gewonnen, jetzt haben wir erst gewonnen, jetzt sind wir durch, erste Runde, easy, locker, flockig, durchgespielt hier, time 2 Minuten 48, mach nackt, loading, schönes, schönes Hähnchen, schönes Hähnchen, kriegt man Hunger, kriegt man Hunger drauf, let's the show begin, jetzt muss ich nur Hundefutter suchen, der sieht ein bisschen aus wie Post Malone, hä, okay, jump and run also, dann sagt er doch vorher, wow, was ist das? Der ballert schon wieder ganz schön auf die Ohren, ganz schön auf die Ohren, immer noch, Digger, das wird das beste erste Video, was ich jemals gemacht habe, es ist immer noch laut, Digger, ich habe hier fast auf raus, jetzt aber, jetzt, ah, fuck, oh, ist gerade der Kopf abgefallen, hoch geflogen und dann wurde er wieder mit dem Messer geholt, top, Post Malone sagt, weiter geht's, Abfahr, Leute, komm, wir machen das jetzt, wir schaffen das, easy, whoop, ah, fuck, ich darf nicht so auf, ich glaube, das ist auf YouTube nicht so gerne gesehen und zack, easy und Hunde vor da mitgenommen, nice, checkpoint, okay, Messer, die sich drehen im Kreis, gibt es irgendwas Einfacheres? Es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer, es ist echt schwer, oh, ich habe ein Bein verloren, ich habe ein Bein verloren, haha, ich habe ein Bein verloren, haha, geil, aber ich kann mit einem Bein noch easy anders machen, geil, nice, und durchruschen, durchruschen, äh, russian, entschuldigt, ruhigruschen, hui, nice, f***, nein, ich darf nicht so auf f*** sagen, wir schaffen das, Leute, Leute, wir schaffen das, ja, wir schaffen das, wir schaffen, ey, das ist übel, das gibt es doch gar nicht, so, jetzt kommt der Hammer, unbesiegbar der Typ, hier nochmal, unbesiegbar, und rein, 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 lauf, 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 und zack, Checkpoint, weiter geht's, weiter geht's, richtig, richtig am reinzwenden jetzt gerade, richtig am reinzwenden, guck dir das an, alles ist gerade on point hier, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht gut ist, was ich hier gerade mache, ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht gut ist, pass auf, guck mal, easy, wir rennen hier durch, es gäbe keine Hindernisse, guck dir das an, guck dir das an, easy, Leute, nächstes Mal, wenn ihr in den Chat irgendwann schreibt, was ich spielen soll, dann macht die Spiele auch schwer, das ist ja extra so ausgelegt, dass ich jetzt nur durchrennen kann, oder was, ich muss nicht mal mehr springen, wenn in Ed, offiziell durchgespielt, keine Hindernisse gibt's hier, wie soll ich das denn schaffen, zwei Hühnchen, zack, und abfahren, hui, och, wie soll dat, klappen, wie soll dat funktionieren, jetzt sind drei Klingen, die mich hier triggern, drei Klingen, hui, so, wow, nice, wow, nice, huu, sagt er, hua, ich kann sogar so weiterlaufen, nice, und dann halt mit dem Kopf, mir ist ja doch Wurst, was, ich wollte schon sagen, ach, jetzt kann ich Enter drücken, oder wie war dat, das Spiel versteht mich, hua, fuck, hör auf, fuck zu sagen, als ich euch bis hierhin schon unterhalten hab, irgendwie in irgendeiner Weise, gerne ein Abo dalassen, kostenlos, ne, einfach drauf drücken, Glocke aktivieren, oder wie sagen die YouTubers immer, gerne Glocke aktivieren, einfach rein da, und wir haben Ben jetzt befreit, easy, doch nicht, aber wir haben's geschafft, Leute, wir haben's einfach geschafft, unf, believable, darf ich gar nicht mehr sagen, ich sag das zu oft, ich sag einfach, ich sag das zu oft, so, pass auf, nächste Runde, neues Glück, aber, es ist halt, ich wollte gerade sagen, es ist zu einfach, ich wollte gerade sagen, es ist zu einfach, das ist auch zu einfach, ich treu da jetzt so rum, der ist nicht gesprungen, jetzt ehrlich, jetzt ohne Scheiß, der ist nicht gesprungen, der ist nicht gesprungen, und sorry, Leute, wenn ihr das jetzt merkt, immer nach rechts guckt, weil ich denke, der Chat ist so aktiv, weißt du, ich denke, ich bin live, so, verstehst du, was ich weiß? Hä? Wah! Hallo? Hallo? Wah! Nice. Leute, Herausforderung brauche ich, wah, was? Mir fehlt ein Arm, mir fehlt ein Arm, aber ich sehe ja auch nichts wieder. Ich sehe auch nichts. Wah! Wah! Fast wieder runter, schon wieder piepen. Wah! Es ist ein wunderschönes Spiel, die Atmosphäre von dem Spiel, richtig fröhlich, happy, ja, wenn man das Spiel anmacht, hat man direkt das Gefühl, okay, ich habe Lust auf dieses Spiel, ich muss es spielen, weil es mich fröhlich macht. Es macht mich glücklich zu sehen, dass ein Zombie, wenn ich jetzt durch ein Schwert laufe, einfach alle seine Genitalien verliert. Total geil. Genau, uh, mein Humor. Genau mein Humor. Und Post Malone, der dann immer so ganz dreckig in dein Gesicht lacht. Geil. Wah! Mann! Das gibt es doch jetzt gar nicht. Selbst so ein Spiel ist für mich zu schwer, oder was? Wah! Geschafft! Nice. Das ist jetzt ein Witz, oder? Der Checkpoint war vor meinen Augen. Mann! Das spielen vierjährige Spielende. Vierjährige Spielende. So wie wir damals alle Sims gespielt haben und sowas, spielen vierjährige derzeit sowas. Safe Call. Mann! Ich dachte, ich stehe in der Lücke. Okay. Das scha- Hallo Post Malone. Hallo! Das ist doch- Das muss doch möglich sein, dieses Level zu schaffen. Da. Ja. Und jetzt? Ach! Mein Kopf abmachen! Oh! Und jetzt? Ach, da ist ein Checkpoint. Jetzt muss ich mit dem Kopf da hinrollen. Ah! Und jetzt können wir- Ah! Guck mal! Das Spiel- Wer sieht denn das Loch da? Du spawnst gerade und fällst in dein Loch. Da. Mann! Übrigens, falls ihr- Falls ihr nicht genug bekommt, oder so, ich bin immer- immer live auf Twitch. 20, 21 Uhr. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Bin ich meistens da? Montags, Donnerstags ist Free Man. Da bin ich nicht da. Ne? Da ist Free Man. Free Man ist halt Free Man. So. Da ist halt frei. Yeah! Uh! Leute, wir sind weiter! Und mir fehlt alles. Wow! Nice! Der beste Mad-Nand-Ed-Spieler, den es gibt. Uh! Oh, schon wieder. Nice. Festhalten und... Guck mal, das ist ein Kameramann? Sind wir hier in einer TV-Show? Wir sind hier in einer TV-Show? Wie crazy! Wow! Profi! Profi einfach! Der Profi! Jawohl! Nice! Wir sind Profis, Leute. Wir sind safe Profis. Zack! Und wiederbeleben. Zack! Rein da. Nice! Ah, mir fehlt der Unterkörper. Ah! Mir fehlt der Unterkörper nochmal. Mir fehlt... Ein Bein. Ist in Ordnung. Mir fehlt noch ein Bein. Und ich fall runter. Ehrlich jetzt? Das kann doch nicht sein, dass dieses Spiel so schwer ist. Das kann ja nicht sein. Ja, siehst du doch. Nice! Total verfehlt. Sick! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zweite Runde durch. Zweite Runde. Einfach easy peasy durchgespielt. Wupp! Nice! Aber wisst ihr, was ich jetzt sage? Das reicht. Also ich hoffe mal, das reicht für ein Video. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich mache jetzt so... Ich mache jetzt hier so... Bäm! Cut! Und dann sind wir gleich wieder im anderen Bild. So, weißt du, verstehst du, was ich meine? In diesem Intro-Bild. Aber jetzt als Outro-Bild. Ja? Ich mache das jetzt einfach mal... Cut! So, Leute. Und falls ihr... Falls ihr mehr... Ich weiß nicht, ob man dazu macht. Ein Outro-Moutro oder so. I don't know. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ob man ein Outro macht oder nicht. Aber du guckst es dir wahrscheinlich jetzt gerade an. Top! Erstmal danke fürs Durchziehen. Erstes Video. Wenn es dir gefallen hat, dann machst du einen Daumen nach oben. Falls es dir nicht gefallen hat, kannst du auch gerne einen Daumen nach unten machen, was natürlich mich ein bisschen traurig macht. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, von Ben & Ed, ruhig kommentieren, ja? Kommentieren ist wichtig. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es ist kostenfrei. Und ich würde sagen, Leute, reingehauen, ja? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Video, ja? Lasst es euch warten. Tschüss.